Der Wandel der SAP-HCM-Welt ist in vollem Gange. Alles begann, als SAP 2011 die SuccessFactors Suite als SAP-Cloud-Lösung für die Zukunft vorstellte. Ziel war es, eine innovative Alternative zu SAP ERP-HCM on-premise am Markt zu etablieren. Seitdem hat SAP viel in die Entwicklung der Cloud-Umgebung investiert, aber durch das Fehlen adäquater Module für die Lohnabrechnung und Zeitwirtschaft ist SAP ERP-HCM in den meisten Personalabteilungen nach wie vor die präferierte Software. Viele Anwender sind verunsichert, welchen Weg sie für den weiteren Einsatz eines SAP-basierten Personalmanagements einschlagen sollen. Gehen wir nun auf die Herausforderungen und Empfehlungen genauer ein. Wie gross ist das Risiko, dass das traditionelle SAP ERP-HCM bald nicht mehr gewartet wird bzw. die Payroll nicht mehr funktioniert? SAP ERP-HCM wird noch bis 2027 gewartet und die Funktionsfähigkeit der Payroll gewährleistet. Ab 2028 kann eine individuelle, einiges teurere Extended-Wartung bei SAP beantragt werden. Diese läuft maximal drei Jahre. 2030 ist dann endgültig Schluss. Gibt es Möglichkeiten, dieses Projekt abzuwenden? Leider nein. SAP verfolgt den Weg, langfristig alle HR-Anwendungen in die Cloud namens SAP SuccessFactors zu legen. Mit der Entwicklung einer Payroll-Lösung in der Cloud ist in der DACH-Region jedoch nicht vor 2030 zu rechnen. Es gibt die Übergangslösung EC-Payroll, die auf SuccessFactors Employee Central unter R3 Payroll basiert. Diese Lösung besitzt aber eine eingeschränkte Funktionalität. Als Fazit muss man festhalten, dass es keine Möglichkeit gibt, das Projekt abzuwenden. Muss eine HR-Abteilung auch in Zukunft Payroll in SAP selbst betreiben? Gibt es andere Möglichkeiten? Solange es keine SAP Payroll in der Cloud gibt, kann SAP wie bisher betrieben werden. Man muss jedoch mindestens zwei komplexe Migrationen von SAP R3 nach HANA und dann nochmals von HANA in die SAP Cloud vorsehen. Alternativ bietet sich eine Verlagerung zu einem externen Payroll-Spezialisten wie SPS an, die die Verantwortung für die gesamte Lohnabrechnung übernimmt und auch aus technischer Sicht die Firma zu SAP 4 HANA oder in die Cloud begleitet. Nebst einem einmaligen Transition-Projekt von der Firma zur SPS entfallen weiter teure Migrations- und Consulting-Projekte, da diese Aufgaben künftig von SPS übernommen werden bzw. im Service-Preis bereits inkludiert sind. Zusammengefasst, was sind Ihre Empfehlungen? Fakt ist, die heutige SAP R3 Payroll wird mittelfristig nicht mehr unterstützt. Zuwarten ist bestimmt ein schlechter Rat. Schon heute sind die SAP-Ressourcen im Payroll-Bereich äusserst knapp. Da die Lohnauszahlung auch mit hoher Komplexität schlicht korrekt und richtig funktionieren soll, dabei jedoch für die Firma keinen eigentlichen Mehrwert bietet, ist ein Outsourcing aufgrund der beschriebenen SAP-Ausgangslage bestimmt zu prüfen. Die Lohnabrechnungen sind je nach Land sehr unterschiedlich. Darum würde ich für die Schweizer Lohnabrechnung einen spezialisierten, lokalen Dienstleister mit hoher SAP-Kompetenz und guten Referenzen empfehlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017